Die Indizes sind angekommen, wo sie hingehören. Naja, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber wo man durchaus erwarten konnte, wo sie landen sollen. Gucken wir mal den DAX zuerst an, hier auf Tagesebene, weil da habe ich es schön eingezeichnet. Der Anstieg nochmal, die Korrektur hier runter, das Cluster hier unten und die Chance, dass der Kurs jetzt dreht. Die Indikation sagt Ähnliches. Da kann man ein bisschen spielen mit verschiedenen Indikatoren, wenn man mag, die diese Überlegung unterstützen. Beispielsweise. Ich gucke die Unterstützung allerdings weniger auf Indikatorenseite. Man kann das so tun. Ich schaue parallel eigentlich nicht nur auf diesen Trigger. Das ist natürlich die eine Variante, die ich nach wie vor immer gut finde, weil sie die Logik sehr schön widerspiegelt. Die Alternative dazu ist, mal im Klein-Klein zu gucken, was wir hier haben, ob der Kurs hier schon ungefähr genauso aussieht. Also sprich, ob er ebenfalls jetzt hier eine starke Aufwärtsbewegung hat, was Wackeliges runter. Ja, aufwärts geht es ja schon ganz gut. Auch das Wackelig runter finde ich gut. Auch hier würde man sagen, das ist doch ungefähr so die Küste hier. Allerdings der Anstieg beim Index hier ist dreiwellig und das macht mir noch ein bisschen zu schaffen. Das ist auch, wenn wir auf den DAX gucken, nicht ganz optimal, den DAX Future gucken, nicht ganz optimal, dann machen wir uns nichts vor. Die Höhe ist schon super, aber alles, was er seitdem geleistet hat, sieht klassisch korrektiv aus. Jetzt muss man nicht die Drama-Queen spielen, aber wenn wir hier diese Zwischentiefs rausholen, vielleicht sogar dieses schon. Wir können das nochmal einmal schön zeichnen. Also dieses Zwischentief oder dieses. Beide finde ich grundsätzlich eine gute Lösung. Jetzt gucken wir mal. Finde ich beide wirklich akzeptabel? Da würde ich sagen, naja, das ist so in etwa der Trendkanal, den wir hier in der Bewegung haben. Da ist das eigentlich kein Tief, was in der Nähe dieses Trendkanals ist, also etwas vorgeschoben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir mit Bruch dieser Horizontallinie ja auch den Trendkanal verlassen. Ich bin kein Trendkanal-Bruch-Trader, aber die Idee, die dahinter steckt, nämlich, dass die Aufwärtsbewegung zu Ende ist, wird damit ja ebenfalls bestätigt. Also wenn wir die Marke beim DAX Future, ihr müsst das notfalls anpassen, wenn ihr irgendwelche anderen Kontrakte, manche Broker haben abweichende Kurse dazu. 14.135 wäre ein Ding. Schaut mal, das Tief vom 7. April 10 Uhr oder das Tief vom 7. April morgens um 7 irgendwann. Das wären mögliche Trigger für nochmal eine Verlängerung, denn wir haben ja noch Platz. Es ist ja nicht gesagt, dass er direkt an der Oberseite abprallen muss, auch wenn, zumindest mal beim Index, wir hier eigentlich ein ganz schönes Cluster hätten. Jetzt wissen wir, dass der deutsche Markt ganz gerne mal schaut, was die Amerikaner machen. Deshalb blicken wir mal rüber, hier habe ich im 4-Stunden-Chart das beim Dow Jones Future mal eingezeichnet, da sehen wir ebenfalls Cluster erreicht, beste Chancen abzuprallen. Das muss ich vielleicht nochmal erwähnen, weil viele natürlich dann mitnehmen, da hat er jetzt Linien eingezeichnet, ganz viele, da dreht er ganz bestimmt. Nein, 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 falsche Aussage. Da ist ein Cluster, da gucken ganz viele ganz genau hin. Das ist die Aussage. Das heißt nicht, dass er drehen muss, aber viele gucken hier ganz besonders intensiv, was hier zu tun ist. Das heißt, ich kann an den Preis-Actions erkennen, ob die Marktteilnehmer den Wumms reingeben in den Markt oder ob sie sich da zögerlich verhalten. So, und hier kann ich das nicht erkennen. Hier sage ich, sieht doch gut aus, da so in die Richtung, also die zeitliche Komponente habe ich jetzt hier weniger drin. Aber hier ist die Höhe. Da hat er doch erreicht. Beste Voraussetzung für den Dreh. Jetzt gucken wir uns mal an, was der Kurs hier tatsächlich geleistet hat. Das ist noch sehr übersichtlich, was die Aufwärtsrichtung angeht. Wir sehen, dass wir hier, das sieht wieder dreiwellig aus, der ist wieder sehr stark. Also man hat auch hier fast den Eindruck, ist das eher noch sowas. Also die Tiefmarke vom 7. April morgens um 7 hier auch beim Dow Jones ist auch hier eine Marke, die man mal im Hinterkopf behalten sollte für die Abwärtsseite. Vielleicht noch schöner, gerade für uns Intraday-Trader zu gucken, ob innerhalb dieser Bewegung hier irgendwie sowas passiert. Fände ich noch attraktiver, also sprich, dass wir hier irgendwie nach oben kommen. Dann sind wir nämlich nicht erst hier Short, sondern kriegen wir vielleicht hier auf kleinerer Ebene quasi das gleiche Bild ja nochmal, was ich immer wieder zeige. Der Teil gefällt mir im Moment ganz gut. Dafür bräuchten wir jetzt eine möglichst korrektive Gegenmaßnahme, die ganz gerne so dreiwellig gegen die starke Bewegung ist. Dann ist die Fortsetzung einfach relativ realistisch. Wenn wir sowas bekämen, hätten wir hier sogar den Vorteil, anders als hier, das ist nicht die erste Bewegung. Der Kurs ist von hier gestartet, aber das ist die erste Bewegung. Der Kurs ist ja hier hoch, das heißt, das ist die erste Abwärts. Jetzt hier wackelig, wäre doppelt cool, weil da können wir fast sicher sagen, naja, fast sicher ist zu übertrieben formuliert, aber recht wahrscheinlich ist dann, dass wir was ähnlich Großes hier bekommen, was ja immer noch okay wäre. Das würde uns vielleicht an die Unterseite des Clusters hier bringen, immer noch aber in der Entscheidung, vielleicht war es das dann auch und danach drehen wir. Wenn er dreht, brauchen wir nicht, wie wir es hier haben, irgendwie was Wackeliges nach oben, wie wir es auch beim DAX gesehen haben, sondern bräuchten wir was Steiles hoch und wackelig runter. Lasst euch das zeigen. Das macht ihr ja woanders auch, wenn ihr in den Laden geht. Ja, dann packen Sie mal aus, gucke ich mir mal an das Teil. Also, das sollten wir hier auch machen. Nicht einfach sagen, nehme ich gerade mit im Karton. Wenn ihr nicht wisst, was drin ist, dann nicht sofort reagieren da drauf. Das ist meistens nicht so sinnvoll. Wir haben für diejenigen, die das mitverfolgen, die bei Born4Trading mit dabei sind, hier auch noch einen BornBar. Den werde ich da gleich nochmal gesondert nochmal anbringen. Da gibt es vielleicht die Chance, ebenfalls nochmal einen Trade draus zu formulieren. Der S&P 500, abgesehen davon, dass wir da ebenfalls den BornBar haben, ist ansonsten ziemlich genau das Gleiche. Auch hier mit dem Cluster hier auf der Unterseite. Wir haben hier die Schubbewegung genauso. Also, da muss ich jetzt nicht nochmal erklären. Spult einfach zurück und blendet aus, dass das jetzt hier der S&P ist. Per se ist es aber das Gleiche. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Das Bild beim Nasdaq, das Verlaufsmuster ist ein bisschen ein anderes. Könnte man zumindest mal denken, Clustermäßig hier auf Tagesebene nicht. Also, insofern da die gleiche Grundbedingung. Auch hier nicht der Beweis, dass es dreht. Sondern das Angebot einer Drehmöglichkeit, wo wir jetzt gucken müssen, ob es die Marktteilnehmer wahrnehmen oder ob sie das Angebot ausschlagen. Das können wir jetzt mitverfolgen. Bislang finde ich das ähnlich doof wie bei den anderen Indizes. Also, Überzeugung für die Bullenseite ist anders normalerweise als das, was wir hier haben. Ich wäre dann wieder von Long überzeugt, wenn es eine starke Aufwärtsbewegung gibt. Denkt immer dran, idealerweise einwellig, also möglichst ohne irgendwelche Unterbrechungen, vielleicht so wie hier beispielsweise. Oder von mir aus auch mit Unterbrechungen, aber dann große Abstände zwischen diesen Pausen. Danach die Korrektur und ich bin gerne wieder auf der Long-Seite dabei. Das, was wir hier haben, ist eher doof. Und hier ja schon die Andeutung, dass wir ebenfalls die Abwärtsseite weiter spielen können. Also, spannende Situation. Immer noch, weil wir in der Nähe des Clusters sind, ist die Kuh noch nicht vom Eis. Wir sind noch immer in dem Bereich, wo es quasi minütlich jetzt zu dieser Entscheidung kommen kann, zum Drehen kommen kann. Es macht Spaß, jetzt drauf zu gucken. Ich habe euch ein paar Ideen genannt, was ihr hier verwerten könnt mit Indikationen, mit Indikatoren beispielsweise. Oder eben rein Pattern basiert. Manch einer ist dann auch gewillt, vielleicht auf dieser Zeitebene ein schönes Kerzenmuster zu entdecken. Da sind allerdings zwar Wankelmütige dabei, hier so ein Dodgy beispielsweise. Da sind noch keine so richtigen Drehdinger dabei. Hier so ein kleiner Hammer auf der kleinen Ebene. Wenn ihr solches mit einpflegen wollt, alles gut, könnt ihr ja auch auf den kleinen Ebenen dann mit reinnehmen. Das spielt gar keine Rolle. Und mal schauen, versucht aber mehrere dieser Komponenten zu kombinieren, um danach die bestmögliche Aussage zu treffen. In diesem Sinne euch toi 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 für den Nachmittag. Liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.